Okay, wir versuchen das. Zurück an die Arbeit! Iniziere Karten. Das war's. Okay. Was lauert in dem Tiefen? Das war's. Lasst euch von Musik ergreifen! Blut und Beute! Und tipp! Jawohl! Oh! Oh, man! So! Okay. Hälfte haben wir. Todesröcheln ... Okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Glut von Ragnaros. Er schießt drei Feuerbälle auf zufällige Feinde. Die acht Schaden verursachen. Vernichtet zwei Mana-Kristalle. Er wirft zwei Karten ab. Ähm ... Ich nehm jetzt mal den. Die anderen Karten kommen irgendwie eh. Oh, doch nicht. Shit. Na, wir nehmen mal ... Ach so, ich muss ja drücken. An Hilde gegen Fensterpranke. Oh Gott. Die Bühne ist ein Schlachtfeld. Das Böse lauert hier unten. Hm. Okay. Das klingt gut. Das klingt gut. Ham. Ich ... äh ... Ich rieche Blut. Ich rieche Blut. Und dann die hier. Lasst euch voll Musik ergreifen! Das war's. Das war's. Ich rieche Blut. 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 Das war's. Nein. Lassen wir es krassen. Ah. Blut und Beute. Kein Problem. Okay, Krieger ist... Oh, nö. Lasst euch von Musik ergreifen! Was? Lassen wir es los. Lasst euch von Musik ergreifen! Lasst euch von Musik ergreifen! Das Land dient mir. Diese Klinge führen in die Tiefe. Allee, hopp! In der Tiefe lauert noch einer. Na, wenigstens ein nächstes Level. Level 54. Na dann. Ich nehme Sylvanas Windläufer. Spielen. Die, die, sie. Gegen Dietra Didibin. Dietra Didi-Di-Di-Di-Di-Di-Bin? Ötland, ich will euch schreien hören. Die beiden Karten bringen mir jetzt gerade gar nichts. Der Kriegspot ist ganz gut. Ah, ja, okay. Ja, gut, okay, das ist gut. Oba, geil. So, einmal den hier. Ähm, dann das hier. Au. Iniziere Kampf. Das war's. So. Asche zu Asche. Unheilsbringer. Unheilsbringer. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt beschwören soll, weil... Obwohl, es könnte ja funktionieren... Ach so. Ach so war das. Ach, das ist eine Waffe gewesen. Entschuldigung. Alles einsteigen. Nein. Oh Gott sei Dank. Na. Ich brauche die Arena. Das war's. Ha 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 ha. Auf zum Tanz. Ich habe keine Zeit für's Spielfeld. Ach, das ging ja. Ach, das ist ja. Okay. Okay. Was? Das ist von acht. Mr. User for liant. Spiel zu... Ah, Beschwerungszepter. Trank der Vitalität. Verdoppelt. Verdoppelt oder? Verdoppelt oder? Verdoppelt oder? Trank der Vitalität. Unbedingt. Gruppenbesuche. Gruppenbesuche. Isha, was? Was? Ah ja. Ist ein Schlachtfeld. Ist ein Schlachtfeld. Dein Licht noch mal, Karl. Schau dir an, wo wir diesmal gelandet sind. Was? Was? Okay. Oh, das ist gut. Oh, das ist schön. Ja, das ist prima. Das freut mich. Die Karten sind gut. Mensch. Okay. Feurige Kriegs-Axt. Lasst euch von Musik ergreifen. Okay. Melde mich zum Dienst. Alle, hopp. Ich bin ganz gut. Lass uns von Musik ergreifen! Hahahaha. Lass uns von Musik ergreifen! äh, okay ja, das brauche ich jetzt weniger gut, somit hätten wir das schon mal geklärt oh je ah fuck na gut au oh nein Mist au ua melde mich zum lieb um au 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 melde mich zum dienst lass mich helfen Gustav melde mich zum dienst au 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 melde mich zum dienst melde mich zum dienst das geht nicht gut das geht nicht gut aua, aua, aua aua au okay okay das und das ich kann jetzt eigentlich das nichts mehr machen ich kann zack ach verdammt okay lasst euch von musik ergreifen lasst euch von musik ergreifen lasst euch von musik ergreifen toll oh 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 nein ne ne es ist wieder derselbe fluch es ist wieder derselbe fluch ich schaffe es nicht das ist das ist das ist das ist das ist überleben na toll der diener muss noch ruhen na super na super nenne mich zum tiefst na prima ach das ist lächerlich gib mir die karten nein nein oh na oh er hat doch nur noch acht leben gehabt er hatte doch nur noch acht leben und versuchen wir es hier lang vielleicht ist das der weg zurück nach unbor Ja, okay. Oh Mann. Okay, diese Abenteuer sind spannend, aber nervenaufreibend. Aber wieder Herausforderungen seit langem. Kann man ja durchaus so sagen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Werden wir es jemals schaffen, durch diese Abenteuer zu kommen? Das ist die große Frage.